Ich ruf ihn an. Sagt, wir wollen uns so drehtreffen. Dann kriegst du die Firma, Miggi. Für 2 Dollar verkauf ich sie dir. Das ganze Toxy-Unternehmen. Bus-Unternehmen noch dazu. Ich ruf ihn an. Ja, ruf ihn mal an. 2 Dollar. Ich ruf ihn mal an. Okay, viel Spaß. Bis dann, ciao. Das werden wir dann ja jetzt am Ruf. Ich, Miggi, hab gesagt, er will das Toxy-Unternehmen kaufen. Ich hab gesagt, ich verkauf dir das für 2 Dollar unter der Bedingung, dass wir ein Gespräch führen, persönlich von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht. Er, ich und Erich. Dann verkauf ich ihm die Firma.